Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 22. Oktober 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 487 und ich habe heute die folgenden Themen für euch bereit. 7390 iMessage, XR Produktionsstätte und das war es auch schon. Heute kurz und knapp. AVM, der deutsche Routerhersteller aus Berlin, hat die Fritzbox 7390 das letzte Mal mit einem Update versehen. Schon im Frühling diesen Jahres hat man die knapp neun Jahre alte Box angekündigt, dass die dann das letzte Update bekommen wird. Das letzte Update ist aber natürlich nicht auf die Version Fritz OS 7 mit Mesh und den ganzen anderen Funktionen. Aber dennoch sollen die Nutzer, die immer noch auf diese Box setzen, nicht enttäuscht werden. Denn es sind viele Sicherheits- und Stabilitätsgeschichten mit dabei, also Verbesserungen mit dabei und auch ein paar neue Funktionen. Smart Home, Fritz Hotspot etc. Solche Dinge werden da eingebaut. Also auch wer eine über neun Jahre alte Box von AVM zu Hause stehen, hat noch tolle neue Features und eben auch Stabilitäts- und Sicherheitsupdates. In einem Jahr würde ich mir dann mal überlegen, sich vielleicht eine neue zuzulegen. Wer sich interessiert für neue Boxen aus dem Hause AVM, pochipsi.ch slash tag slash AVM, da findet ihr aktuelle Testberichte oder generell einfach pochipsi.ch und da über das Suchfeld nach AVM oder Fritzbox suchen. Und schon seht ihr die aktuellsten und interessantesten Modelle im Test ausführlich für euch getestet. So viel genug zur Eigenwerbung, gehen wir weiter zu Apple. Oder auch zu den Provider in dieser Welt. Damals, möchtet ihr euch erinnern, als SMS noch die eierlegende Wollmilchsau war oder die Milchkuh, die man gemolken hat, die Milliarden an Beträgen jeden Monat oder jedes Jahr besser gesagt den Provider in die Kasse gespült hat, weil jeder fleissig SMS geschrieben hat, die halt noch damals noch ein bisschen was gekostet haben. Ja, das ging dann ziemlich schnell dann mal bergab, als WhatsApp und so weiter kam. Doch schon bevor das richtig gekommen ist, ging Apple mit iMessage auf die Tour und wollte eigentlich iMessage als eine plattformübergreifende Nachfolgelösung von SMS anbieten. Damals eben die benannten Provider weltweit, die meinten, nee, das wollen wir nicht, weil dann würden wir ja nicht verdienen, weil gratis und so weiter. Hätten sie es nur mal gemacht, dann hätten wir heute alle ein tolles iMessage und einen tollen Nachfolger von dem Ganzen, der unter anderem vor allem End-zu-End verschlüsselt ist und zwar tief ins Betriebssystem. Das wäre ein Riesenvorteil für alle gewesen, wenn man anschaut, was schlussendlich dann daraus gekrüppelt wurde, das Protokoll RCSE, weil es glaube ich heisst, die quasi Nachfolge der SMS ist ja nicht wirklich das, was man haben will. Und ja, verbreitet ist es auch nicht wirklich, auch wenn mittlerweile ein paar Android-Hersteller und unter anderem Google auch selber daran ein bisschen mitarbeitet, es wird wahrscheinlich nichts mehr werden mit diesem Nachfolger. Schade darum eigentlich irgendwie. Das iPhone XR, das ist ja das, was erst jetzt gestartet ist, also nicht mit dem XS und dem XS Max auf den Markt gekommen ist, das doch ein bisschen günstiger ist, aber auch ein bisschen abgespeckter als die anderen. Jetzt weiss man endlich, woher das R, das R kommt aus dem Namen. Da hat sich der Phil Schiller in einem Interview zu Wort gemeldet und erklärt, woher das kommt. Er hat gesagt, dass er Autos und Dinge liebt, die schnell sind. R und S seien beides Buchstaben, die verwendet werden, um einen Sportwagen zu bezeichnen, die wirklich besonders, besonders schnell, besonders teuer und so weiter sind. Somit ist das XR ein sehr, sehr spezielles und auch gutes Telefon, wie er meinte. Und zu guter Letzt kommen wir und bleiben wir nochmals bei Apple. Die haben jetzt, zumindest hat man es jetzt herausgefunden, ein Mietvertrag abgeschlossen an 10-Jährigen über ein 3 Hektar grosses Produktionsstätte. Die Produktionsstätte ist leicht östlich von Cupertino angesiedelt und wird anscheinend für industrielle Fertigung genutzt. Oder wie bei Apple das Ganze gekennzeichnet ist mit R&D, Forschung und Entwicklung. Wir dürfen gespannt sein. Man munkelt da ja schon wieder vieles. Auto, Fernseher etc. Wir dürfen gespannt sein. Das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch habe auftreiben können. Ich hoffe, morgen gibt es das eine oder andere mehr. Euch einen guten und erfolgreichen Start in den Tag. Und ja, wir hören uns wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.